Herzlich Willkommen zurück! Geil! Aua! Dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2 im First Person. Lass uns handeln. Und wir haben in der letzten Folge Juan beseitigt. Und werden in dieser Folge erstmal ein paar Sachen verkaufen. So viel steht schon mal fest. Bisschen Geld machen. 3.000 haben wir jetzt knapp. Ist schon okay, aber könnte mehr sein. Tja, was können wir dem noch veräußern, was ich jetzt im Moment nicht brauche. Ah, Mist, die Felle? Auf keinen Fall. Vier Dietriche habe ich noch. Okay. Alte Münzen gebe ich an Vasili. Eigentlich kann ich dem gerade nicht so viel geben. Aber gut, nicht schlimm. Wir werden in dieser Folge auf jeden Fall in den Sumpf zurückgehen und dort für ein bisschen Action im Haus der Heiler sorgen. Wir werden auf jeden Fall ganz... Ah, ich hätte vielleicht noch ein paar Tränke herstellen können. Na gut, okay. Ist jetzt nicht schlimm. Wir werden in jedem Fall diese Leiter gleich mal aufklettern. Lass mal direkt mal. Das ist jetzt natürlich das Problem. Ich kann jetzt nicht... Ah, doch. Könnte ich. Ah, das geht sogar. Ich habe echt Höhenangst, ne? Habe ich euch das schon jemals erzählt, dass ich ziemlich starke Höhenangst habe? Ich glaube, dass ich das schon hier und da mal erwähnt habe. Man darf eigentlich echt nicht runter gucken. In real life würde ich auch nie und nimmer diese Leiter hochklettern. Weil die mir einfach viel zu unsicher ist. Das würde ich nicht tun. Ich glaube, das kann man aber auch verstehen. So. Ein paar Tränke wären toll. Oder einige Feldküttrich. Wäre mir sogar schon fast lieber. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erfahrungspunkte, eine Steintafel und ein Ring sind aber auch okay. Was ist das denn für ein Ring? Oh, ich habe wirklich keine Stufe 1 Tafeln mehr. Alle schon aufgebaut. So, das könnte... Oh ja, das wird der Ring der Heiler wahrscheinlich sein. Hier. Ein sehr guter Ring. Aber ich habe schon so einen Ring der Lebenskraft. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Hammer, Säge, Morgenstern. Oh, Untote vernichten. Okay. Probieren wir es. So ein bisschen Kram. So ein bisschen Kram. Okay, jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder runter gehen. Ich kann jetzt nochmal abchecken kurz, was ich an Verwandlungszaubern dabei habe. Aber ich glaube, sowas starkes wie Vark habe ich leider nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Nein! Äh, easy. Shit. Super bläht. Super bläht. Ihr sollt die Ratte nicht reiten. Ihr sollt sie einfach nochmal schlagen. Bitte, Frank. Sehr nett. Okay. Zwei brauche ich wirklich. Was ist da draußen eigentlich los? Ist das Pegel ja selbst gekommen? Um uns zu vernichten. Pfeile, Bolzen, Lederbeutel. Okay, bis hierhin schon mal eigentlich nicht schlecht. Aber mit meinen Mana-Ressourcen komme ich schon auch ganz gut weit, also... Das passt. Leert. Jetzt habe ich doch Schaden bekommen. Nein! Oh! Ärgerlich, den hätte ich besser treffen können. Wer seid ihr noch zurzeit? Oh Mann. Ist echt eine Challenge. Es ist wirklich eine Challenge hier. Gegner kommen von überall. Du hörst sie überall um dich herum. Ich dachte, die lebt noch. Und du verlierst schnell an Leben. Sehr schnell an Leben. Zu schnell an Leben. Ich meine, wir haben zum Glück einiges an Leben, aber... Trotz mal die beste Rüstung hier. Ich bin eigentlich gerade so verleitet. Die ganzen Stärke, Wurzeln jetzt alle zu essen. Aber... Ich brauche den Perk. Ich habe jetzt auch mal wieder das bessere Schwert rausgeholt. Oh, die leben ja alle. Lettes Manöver. Ich bin eigentlich auch wirklich gut beraten, jetzt hier alles zu killen eigentlich, was hier so keucht und fleucht. Für die Erfahrungspunkte. Okay. Das ist sehr gut. Ich will die nicht unnötig rankommen lassen. Das muss nicht sein. Hier oben lag, gab es da noch Blut. Oh nein. Oh, das gab eine Level ab jetzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah, ich muss überlegen, in was investiere ich diese Lernpunkte. Vielleicht in... Vielleicht in Stärke. Ähm... Weil... Ich erkläre euch das kurz. Weil ich ganz gerne von den Artefakten runter möchte. Ich brauche... Wenn ich jetzt mal alle Artefakte, die mir Stärke bringen, ablege... Brauche ich... 15 Stärke noch für dieses Schwert. Andererseits... Ne, das edle Schwert reicht mir eigentlich schon. Das edle Schwert... Ne... Okay, ich gehe doch nicht auf Stärke. Scheiß auf Stärke. Äh... Wir gehen jetzt hier auf Schutz... Und Mana. Das ist der bessere Way. Das bringt mir noch Mana. Das bringt mir Stärke... Stärke... Lebensende... Auf jeden Fall das hier. Okay. Ne, dann machen wir das lieber so. Dann gehe ich lieber jetzt mehr auf Mana. Es ist doch sinnvoller, wenn ich das besser so mache. Weil wir haben genau 50 Stärke aus eigener Kraft. 54 mit dem Amulett. Ist okay. Ne, dann lassen wir das mit dem Schwert. Dann verkaufe ich das einfach wieder. Oder ich behalte das zusammen mit den Artefakten als Ersatz. Falls ich doch mal irgendwie in den Nahkampf gehen muss. Wo es nicht anders geht. Wenn ich dann aber immer noch ein Backup zum Notfall habe. Dann bin ich froh, dass ich noch was da habe. Ist vielleicht besser so. Dann fokussiere ich mich jetzt noch auf Mana. Und die restlichen Stärken, was ich ja noch bekomme, kriege ich ja durch Steintafeln. Daher wäre es gar nicht so abwegig, wenn wir die Lernpunkte jetzt erstmal in die Sprache der Abbauer investieren vielleicht. Wäre gar nicht so schlecht. Wie viel Mana habe ich jetzt? 73. Okay, kommt her. Let's fight. Hey. Kommt mir der Arsch von seinem Kuppel in die Parade. Ist guter gar nicht. Aber die Goblins machen einen guten Job. Kann ich mich nicht beschweren. Die Goblins machen einen guten Job. Da kann ich mich echt nicht beschweren. So. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah ja. Mal kurz Orientierung verloren. Erstmal Tempel oder erstmal darunter? Erstmal Tempel würde ich sagen. Erstmal Tempel. Eine Heilerune soll übrigens im Canyon liegen. Da muss ich auch nochmal hingucken. Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben. Das wäre natürlich super gut. Wenn es da noch irgendwo eine gibt. Das wäre natürlich super gut. Wenn es da noch irgendwo eine gibt. Wenn Wächtermausteiler sind, muss ich mir irgendwie überlegen wie ich da reinkomme. Auf jeden Fall. So. Und hier hinten war auch noch irgendwie was. Okay. Dahinten war noch ein Schatz hier wohl. So. Die Pilze nehmen wir ja alle mit. So. Ah. Ich habe mir hier mal im Netz Limetten gekauft. Ah. Und ich glaube ich habe etwas gefunden. Ah. Ich glaube ich habe den Skelett erschaffen. Alles klar. Und habe angefangen meine Tees und mein Wasser mit Limettensaft und Zitronensaft und so zu präparieren. Ist echt geil. Gerade im Winter jetzt. Ich war jetzt ja auch zwei Wochen krank gewesen. Zum Glück jetzt nicht mehr. Und das war wirklich sehr unangenehm. Und um da ein bisschen besser präpariert zu sein jetzt für die Zukunft. Immer schön Zitronenwasser. So. Erstmal schön hier wieder den Tank voll. Vollpacken hier. Ein bisschen Heilpflanzen. Das geht auch immer rein. Und speichern. Ganz wichtig. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wir haben da drin ganz viele Steinwächter. Ein Unwetter wäre gar nicht mal so abwegig. Glaube ich. Ne. Ne. Behalt es für Drachen. Das muss ich für die Drachen behalten. Genauso wie Feuerregen. Aber ich könnte zwei Feuerstürme nutzen. Oder ich mach halt wirklich ganz viele Goblins. Und geh halt. Poker halt darauf, dass sie halt nicht sterben. So schnell. Haben wir gespeichert. Probieren. Geht über studieren. Im Nahkampf mache ich den Wächtern halt echt null Schaden. Scheiße, Alter. Fuck me, Alter. Herz bequem. Töten. Jahrhuu. Zu zweit, alles da. Wir wollen nicht trotz, dringend Hilfe. Hu. Okay, das ging jetzt doch ganz gut. Gut, den machen sie schon. Okay, Jungs, das war gar nicht so bad, I guess. Mist, jetzt verrecken sie mir alle hier. Schlechtes Timing von mir. Ne, nein, kriegen wir noch. Ne, kriegen wir nicht mehr. Okay. Ich muss was anders testen. Irgendwie anders. Aber, ne, eigentlich nicht. Also, das war schon gut. Ich bin nur jetzt zu übereifrig reingegangen. Ich bin jetzt einfach nur zu übereifrig gewesen. Eigentlich war das schon okay. Da wollte ich jetzt zu schnell zu viel. Ich hätte einfach speichern müssen und das gleiche noch mal machen müssen. Geht's ja nicht. Oh, nice. Hey, nochmal. So, jetzt speichere ich vorher, bevor ich jetzt unüberlegte Sachen mache. So, ich lasse die da ins Bett. Fuck den Chubby nicht. Ich habe zu wenig Leben. Ah, da habe ich auch keins mehr. Hier oben erreicht er mich glaube ich nicht. Toll, hat ihn noch mal angehittet. Na klasse. So und im Best Case ist da drin jetzt ein angehitteter Steinwächter und noch ein weiterer. Im Best Case. Aber schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Wäre schon ganz gut eigentlich. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal 6 Goblins. Da reicht jetzt glaube ich auch 3 aus. Würde ich jetzt mal auf Anhieb sagen. Oh ok, da sind noch 2 voll drin und ein angehitteter. Ok, dann werden wir es doch nicht nur mit 3 schaffen. Da würde ich jetzt zur Sicherheit doch nochmal 6 herholen. Oder zumindest 5. 5 sind glaube ich ok. Das ist tricky, aber es hat funktioniert. Und hier haben wir auch einige Heiltränke jetzt wieder. Das ist natürlich sehr gut. Wie gesagt, aber sobald wir eine Heilruhne haben, brauchen wir. Jetzt sind wir eigentlich nicht mehr auf Heiltränke angewiesen. Also dann brauche ich keine Heiltränke mehr, wenn wir eine Heilruhne besitzen. Dann brauche ich nur noch Mana-Tränke. Das ist eigentlich ganz geil. Deshalb würde ich auch nicht weiter lernen wollen, Mana-Tränke herzustellen. Dann nützen wir sowieso nicht. Äh, Heiltränke meine ich nicht Mana-Tränke. Mana-Tränke brauchen wir auf jeden Fall immer. Solange es hier in Gothic 2 keine Fähigkeit wie Mana-Regeneration gibt, und die gibt es hier nun mal nicht, sind wir immer auf Mana-Tränke angewiesen. So, zweimal die grüne Steintafel halten. Irgendwo hier hat sich noch ein Goblin verbuggt, wie es sich anhört. Ja, irgendwo, aber... Nicht auffindbar, egal. Gut. Wir haben jetzt... Nicht alle Steintafel, uns fehlt noch die rote, aber die kriegen wir auch noch. Das ist kein Ding. Ich würde jetzt versuchen, den Rest des Sumpfes hier ein bisschen zu räumen. Das wäre ganz hübsch. Und eine Heilrune noch zu finden im Canyon. Ähm... Ja, würde ich sagen. Los geht's! Ich glaube, bis auf ein paar... Ich glaube, zwei Golems noch gibt es hier im Sumpf jetzt eigentlich nicht mehr so viel Schlimmes. Ach, komm mal. Dann halt die dort. Du kleine Bitch. Kriegt er mir einfach ins Gesicht. Mit einem fiesen, miesen Ablenkungsmanöver. Das habe ich ja gerne. Oh, da ist ja noch einer. Hier gibt es super viele hier in der Gegend. Aber gut. Sumpf, ne? Was will man machen? Ist nun mal so. Sumpfgastronen sind echt einer der nervigsten Gegnertypen. Essenz und ein bisschen Gold und Bolzen war da drin. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak, ein Amulett und eine alte Steintapel. Okay, andere Taktik jetzt gegen diese Drohnen. Die Goblins ins Gesicht. Ich muss die ja nur nicht töten. Die Goblins müssen ja nur den letzten Hilf machen. Dann ist ja soweit eigentlich alles okay. So viel dazu. Okay, die gehen schon weiter. Sollen sie machen. Wenn die hier schon die Gegner anhütten und mir ein bisschen vorbereiten, ist das auch okay. Jetzt viele Nässe. Die Reichweite. Oh man, da sind noch mehr. Reichweite ist wirklich nicht sexy. Nicht sexy sag ich euch. Okay. Gut, gut, gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schnapp. Alter Schu... Okay, alles klar. Ja, ich glaube das reicht mir jetzt hier auch in der Gegend. Wir haben jetzt hier eigentlich ziemlich viel platt gemacht. Die Ratte holen wir uns jetzt noch. So, alles klar. Hm, oh man. Na gut, die jetzt auch noch. Ich glaube wir sind jetzt einmal hier, das heißt ich kann mir, ich kann eigentlich sogar zu den Wassermagern laufen, da bin ich jetzt sogar wahrscheinlich fast schneller, als wenn ich jetzt erstmal noch den Teleporter hole. Aber den Schattenläufer hole ich mir jetzt noch. Das ist jetzt noch ein Bedürfnis. Meinerseits. Den mache ich jetzt noch platt. Meine 250 Gold für das Fell... Boah, ist nicht zu verachten. Aber hier war gar kein Schattenläufer. War das irgendwie... Hatte ich das in Erinnerung, dass hier ein Schattenläufer gewesen wäre? Aber gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich glaube das war bei Club Classic... Ne, bei Jakinda Online war das glaube ich. Oder Jakinda Deathmatch war hier ein Schattenläufer. Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden. So, das ist glaube ich hier genau ein Elixier des Lebens. Sehr wertvoll. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir zu den Wassermagern wieder zurück. Steintafel erstmal abgeben und... Ein bisschen handeln, Tränke brauen und so Kram. Was machen wir jetzt noch? Wobei, müssen wir das? Ne. Naja doch, komm. Können wir machen. Können wir machen. Ne, wobei ist nicht nötig. Wir können das ja auch im Banditenlager alles machen. Wir müssen das gar nicht bei den Magiern machen. Ist völlig egal. Völlig... Ach ne doch, ich wollte... Ich wollte nochmal in den Canyon. Ne, komm dann, gehen wir jetzt doch nochmal. Ich wollte ja nochmal in den Canyon. Diese Heilruhne organisieren. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Und dafür müssen wir zu den Magiern, weil Teleport und so. Dann machen wir das so rum. Das hatte ich gerade irgendwie wieder total verdrängt. Total verdrängt. Ah, ist das schön. Ein bisschen Soundtrack hier zu genießen. Dann sollte ich jetzt wirklich zusehen, dass ich mir keine Heiltränke mache, sondern wirklich nur Mana tränke. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt so eine Heilruhne bekommen sollte, dann ist alles andere eh egal. Okay. Ach, auf jeden Fall ein Extrakt. Wie viele Felgküter ich habe hier eigentlich? 15. Das sind gar nicht so wenig. Pass auf, dann mache ich mir 10... Dann mache ich mir 10 Mana Extrakte. Weil Essenzen sind eigentlich auch gut, weil... Ich meine, ich habe ja eh... Den Rest kann ich ja immer mit restlichen Pflanzen erstmal aufbrauchen. Ist eigentlich okay. Essenzen reichen eigentlich erstmal. Noch völlig zu. Und wir können die Sprache der Bauer lernen. Also die Stufe 2. Das können wir jetzt eigentlich machen. Bei Kreis will ich eh erst Minental lernen. Den zweiten. Und Mana... Naja. Eigentlich nicht so relevant jetzt gerade. Also schon. Aber ich habe nur 10 Lernpunkte. Und damit würde ich höchstens nur 5 Mana lernen. Und... Ja, das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Lerne ich erstmal lieber die Sprache der Bauer. Die bekommen auf diese Art und Weise... Ähm... Mana oder halt Stärke. Was ich halt auch noch ganz gut drüber brauchen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich hergestellt habe. Drei Feldküter habe ich jetzt noch... Gut, dass die behalten war. Für andere Tränke. Dann machen wir das erstmal. Dann lerne ich erstmal die Sprache der Abbauerschiffe 2. Und hole mir im Canyon die letzte... Also hoffentlich diese Rune. Die da irgendwie liegen soll. Ich lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Gut, was kann ich denn sonst damit alles lernen hier? Also auf jeden Fall... Lebensenergie. Immer gut. Je tankier wir sind, desto besser. Mana. Plus 4. Sehr gut. Zweihandkampf ist eigentlich egal, aber nehme ich trotzdem mit. Was ist das? Ich hab dich immer noch nicht Iskarot abgegeben, diese Botschaft hier. Shit. Wie viel Zweihand haben wir jetzt? 14. Ne Quatsch, hier 22 sogar schon. Okay. So, dann geh ich jetzt um meinen Canyon. Der Canyon wartet. Ne, ist das Tal? Das will ich nicht. Und diese Rune soll wohl in der Mine sein. In der Mine mit dem Micrawlern dort. Gott, jetzt hätte ich fast selber den Fehler gemacht, wieso einer der Piraten hier auch gestorben ist im Fall. Oder war das hinten, ganz hinten in diesem Canyon, wo die Bluthunde sind? Ah, ich werd's rausfinden. Ich werd's einfach rausfinden. Hier sind auf jeden Fall schon mal maler Zeit. So gesehen hat sich der Besuch hier schon mal genutzt. Aber gut, der Besuch hier lohnt sich auch so wegen der Erfahrungsfäcken. So, komm mal mit, kleiner Scheißer. Schauen wir uns hier auch nochmal die Ecke an. Nein. Wird's natürlich, äh, lächeln. Können wir bei der Gelegenheit Francis Schatz auch noch heben. Auch wenn uns das jetzt nichts mehr nützt. Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden. Nichts mehr nützt. Aber vielleicht hat er ja noch Gold hier dran. Einen Haufen Zeug gehalten. Das finde ich schade, dass das leider nicht genau aufgeschlüsselt ist. Aber wir haben jetzt ein bisschen Gold schon angehäuft. Damit lässt sich arbeiten. So, im anderen Schacht lag auf jeden Fall noch ein Trank. Und einen Lederbeutel. Und einen Richtstab. Okay, ich glaube ich muss doch in den Schacht. Der ganz hinten im Canyon ist leider. Aber gut. Kämpfen wir uns da auch noch durch. Irgendwann. Mit der Kraft der Goblins ist das möglich. Diese Gegend hier erinnert mich natürlich auch gezwungenermaßen ein bisschen an Legend oder was Huhn. Aber, gut. Da gab es halt auch zum Ende hin so eine Region. So eine Canyon-artige Region mit den Texturen von hier. Aber an diese Pflanzen hier kann ich mich irgendwie nicht erinnern, muss ich sagen. Wie die hier. So ein bisschen Weed-mäßig aussehen. Die Dinger hier auf jeden Fall, aber nicht diese anderen Pflanzen. Oder ich habe das halt immer nie so richtig wahrgenommen, weil... Naja, ihr wisst... Wisst ihr ja selber. Ich könnte jetzt natürlich auch den ganzen Weg durch diese... Über den Norden quasi zurück zum Banditenlager gehen. Und die Erfahrungspunkte und die Schätze und so einsammeln. Da sind ja auch eigentlich nur Minecrawler drin, ne? Das könnte man ja eigentlich wirklich machen. Jetzt wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden. Aber erstmal müssen wir hier unten aufräumen. Ob ich Bluthunde schaffe? Mal sehen. Ich denke schon. Okay, da fehlt mir jetzt das Mana für mehr. Als nur einen. Ich habe mir auch zum Glück jetzt sehr genug Tränke hergestellt. Um so ein mögliches Massaker hier zu überleben. Feuer auf dem Feuer. Halten wir nicht so gut ab. Die halten aber ganz gut aus. Das war eine Goblins in Ruhe. Okay, komm. Der letzte sollte jetzt auch kein Problem sein. Das ist schon krass, wenn du First Person bist. Dann kommt so eine Bestie auf dich zu gerannt, ey. Okay. Ja, ich glaube ich erinnere mich auch wieder, dass hier hinten eine Heilruhne war. Es dämmert mir langsam jetzt so ein bisschen. Kommt mir langsam wieder in den Sinn. Oh, jetzt können wir auch noch ein bisschen Kram. Was ist das hier? Eine Windfaust-Spruchrolle. So. Im besten Fall sind das jetzt die letzten Heiltränke, die ich konsumieren muss. Da drin waren auf jeden Fall auch noch mal ein paar Minecrawler. Warrior. Ich glaube vier Stück oder so. Insgesamt. Aber so wie ich das einschätze, habe ich mich jetzt natürlich wieder vertippt. Ja. Naja, der Rapier. Ein paar Dietricher wären hilfreich. Wir machen erstmal die Crawler platt, bevor die Zeit für die Goblins abläuft. Für Inos. Okay, es sind nur zwei Wolle. Oh, ich werde sterben. Nice. Es waren echt nur zwei insgesamt. Okay, interessant. Ja, hier ist sie tatsächlich. Das ist die Heilerune. Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank. An die Person, die mir den Tipp gegeben hat nochmal. Das hatte ich wirklich echt außer Acht gelassen. Sehr gut. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das könnte Lebensenergie sein. Ne, Mana eins. Sehr gut. So, jetzt haben wir tatsächlich eine Heilruhne. Eine mittlere sogar. Die kann ich jetzt noch nicht verwenden. Shit. Erst ab Kreis drei. Belastend. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Das heißt, ich werde doch noch ein paar Tränke nutzen müssen. Aber, okay. Ich denke, das war trotzdem in Ordnung, dass wir hergekommen sind. Nicht nur wegen den Erfahrungspunkten und dem Blut, sondern halt auch, dass die Rune dann in Kapitel 3 dann wichtig werden wird. Und ich glaube, eine ganz schwere Heilruhne brauchen wir auch eigentlich nicht. Weil wir eh nicht so viel Lebensenergie haben werden zum Ende. Dass sich eine schwere jetzt lohnen würde. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Fuck. Egal. Dumm, 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 dumm. Komme ich hier eigentlich direkt hoch? Ja, oder? Eigentlich schon. Nee, doch nicht, oder? Nee, muss anders rumgehen. Nein, jetzt hänge ich fest! So, kurz entbaggen. Okay, dann halt so. Genau. So, jetzt nutze ich diese drei Goblins noch. Wenn wir hier vorne jetzt angreifen. Genau, hier war noch ein Blutwund, ja. Oh, sehr gutes Zeug hier. Nehmen wir alles mit. Blitzschläge, jawoll. Und schwere Wunden? Nein, auch nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann man alles mitnehmen. So, jetzt sind wir jetzt hier tatsächlich ein bisschen auf Schatz zurückgegangen. Wer hätte es gedacht? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Steintafel. Ein silberner Ring. Na gut, den können wir immerhin verkaufen. Guck mal, Geld draus machen. So. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge kämpfen wir uns hier bis zum Banditenlager wieder zurück. Geben die Pakete an Fisk und Uno. Und schauen einfach mal, ob wir auf diese Art und Weise weiterkommen können in der Ermittlung mit dem Anschlag oder mit dem Attentat. Macht's gut. Haut rein. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belyas Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.